Herzlich Willkommen in der Unsurversity. Mein Name ist Gerrit van Aken. Ich bin freiberuflicher Webdesigner und ich zeige Ihnen hier im dritten Teil einer kleinen Webdesign-Reihe, wie Sie Seiten mit WordPress umsetzen. Im ersten Teil ging es ja um Photoshop für Webdesigner, im zweiten Teil ging es um HTML- und CSS-Grundlagen und jetzt zeige ich Ihnen eben WordPress 3. Dabei haben wir diesen Workshop in drei Abschnitte aufgeteilt. Im ersten Teil geht es darum, dass ich Ihnen zeige, wie Sie WordPress installieren können, lokal oder auf einem externen Server, wie Sie das mit Leben füllen, also Inhalte einpflegen, eine Struktur anlegen und auch selber vielleicht ein paar Themes sich herunterladen und auch aktivieren. Im zweiten Teil dann nehmen wir uns das Beispielprojekt aus den ersten beiden Workshops und bauen daraus unser eigenes WordPress-Theme. Wir dynamisieren also das Projekt, was erst nur ein Dummy gewesen ist und machen daraus eine richtige Webseite, die man auch eben pflegen kann über WordPress. Und im dritten Abschnitt zeige ich Ihnen ein paar Profitipps und Tricks, wie Sie WordPress schneller machen können, wie Sie es sicher machen können und wie Sie das Ganze migrieren können vom lokalen auf den externen Server. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Sie können sich ein paar Probeepisoden angucken, entweder in unserem YouTube-Channel oder in dem Sie die Applikation für iPhone oder iPad herunterladen. Und ich denke, wir können jetzt loslegen. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie WordPress installieren.